Hallo und willkommen zu Feenstauf und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und heute schauen wir uns mal ein Thema an, zu dem ich in den vergangenen Jahren die meisten Fragen von euch bekommen habe. Egal ob per Direktnachrichten, Kommentare oder E-Mails. Disney-Reiseplanung. Ich weiß, wie viele von euch Disneyland lieben, regelmäßig die Disney-Parks besuchen oder unbedingt mal in einen Disney-Park gehen wollen, weil sie es noch nicht zuvor geschafft haben. Und gerade die Disney-Parks gehören für mich zu den größten Leidenschaften in meinem Leben, weil ich das Konzept liebe und auch die Möglichkeit, mit meinen besten Freunden und mit meiner Familie einfach mehrere Tage einen riesen Spaß zu haben und den Alltag vergessen zu können. Und was man sehr schnell merkt, wenn man einen Disney-Park besucht? Man muss planen. Es gibt viel vor Ort zu erleben, aber auch vieles, was man im Vorfeld beachten muss. Ja, Planung. Warum sollte man überhaupt planen? Die Rechnung ist da sehr einfach. Ihr investiert vorab Zeit in die Planung vor eurem Disney-Trip, die ihr dann vor Ort nämlich einspart. Ja, klingt gut. Und nicht nur das. Gute Reiseplanung spart euch immer Geld. Und dieser Plan geht eigentlich zu 99,9 Prozent aller Reisen auf, egal ob ihr nach Paris, Florida oder Asien reisen möchtet. In den vergangenen Jahren habe ich immer wieder Leute getroffen, die bei Disney waren, aber ja, bei denen einige Dinge nicht ganz so gut gelaufen sind. Sie viel zu viel gezahlt haben, die Zeit vor Ort falsch eingeschätzt haben, einige große Highlights sogar gar nicht erlebt haben oder gar einige Features nicht entdeckt haben, die sie kostenlos hätten kriegen können. Und ich finde, das muss nicht sein. Jeder bekommt einen perfekten Disney-Urlaub hin, wenn er zu Beginn schon die wichtigsten Stellschrauben stellt und ein wenig strategisch vorgeht. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, warum sollte ich jetzt schon planen und mir darüber Gedanken machen? Meine Reise ist doch noch so weit weg. Man kann wirklich nie früh genug anfangen zu planen. Zum einen, weil man dadurch ganz oft bessere Preise bekommt. Zum anderen, weil für die nächsten Jahre wieder ein Reiseboom erwartet wird und es sicherlich praktisch ist, wenn ihr euch bereits jetzt schon Gedanken macht. Und das mache ich tatsächlich jetzt auch schon. Ich überlege mir jetzt, was ich Ende 2021 und auch schon 2022 erleben möchte, um mich dann wirklich gezielt in die Planung stürzen zu können. Und ich bin ehrlich, aller Anfang ist schwer. Ihr habt den Wunsch, in einen Disney-Park zu fahren und steht erstmal vor einem riesigen Informationsdschungel. Und ganz oft weiß man da gar nicht, wo man da überhaupt anfangen soll. Mir ging es früher auch so. Ich liebe Reiseplanung über alles, vor allem für Disney. Und mittlerweile plane ich meine Disney-Reisen seit ja fast über zwölf Jahren nach einem festen Prinzip mit einigen goldenen Regeln, die ich immer beachte. Und genau die möchte ich euch in dieser Episode weitergeben. Quasi eine große Disney-Planungs-Blaupause. Ein Vorgehen und Konzept, das ihr jedes Mal aufs Neue anwenden könnt. Egal für welches Disney-Resort weltweit. Denn natürlich unterscheiden sich die Details, aber das Grundkonzept und die wichtigsten Regeln und Themen gelten für jede Disney-Reiseplanung aller Art. Ich zeige euch heute die wichtigsten Regeln und Tipps für die Themen Zeitpunkt, Länge eures Trips, Tickets, Hotel, Anreise und was ihr vor Ort machen könnt. Damit ihr durch gute Planung so tolle Disney-Trips hinbekommt, wie ihr es euch wünscht. Um die Details der unterschiedlichsten Disney-Parks und Resorts kümmere ich mich natürlich auch demnächst. Da werdet ihr, sobald es dann mit dem Reisen endlich mal wieder losgeht, viele spannende Episoden zu allen Disney-Parks weltweit hören können. Egal ob Tricks zu Fastpässen, wenn es sie dann mal wieder gibt, Restaurant-Empfehlungen, Geheimtipps zu den Parks und vieles, vieles mehr. Und das für Disneyland Paris, aber auch für Walt Disney World, Tokyo Disneyland, Disneyland California, Hong Kong Disneyland, Shanghai Disneyland, die Disney Cruise Line und Aulani auf Oahu auf Hawaii. Ihr habt Lust und wollt jetzt schon planen, um den besten Disney-Urlaub zu erleben? Na dann steigt mit ein in die Vorbereitung für euren Disneyland-Besuch, denn heute zeige ich euch die goldenen Regeln der Disney-Reiseplanung. Ganz am Anfang steht meistens die Frage, wann sollte ich überhaupt in einen Disney-Park reisen? Wenn ihr diese Frage beantwortet, fallen euch die kommenden Schritte auch deutlich leichter und das ist abhängig von ganz vielen Faktoren. Ich denke, ihr wollt natürlich dann gehen, wenn der Disney-Park eurer Wahl nicht allzu voll ist und die Warteschlangen auch nicht allzu lang sind. Dann bietet sich natürlich an, die Hauptsaison und die Wochenenden eher zu meiden. Der Klassiker. Zwei weitere Faktoren, die das ebenfalls beeinflussen? Lokale Feiertage und Schulferien. Und das solltet ihr immer für das jeweilige Disney-Resort eurer Wahl recherchieren. In den USA zum Beispiel sind das spezielle Feiertage wie der 4. Juli oder Thanksgiving. Ja, das sind richtige Peak-Tage dort, in denen die Parks aus allen Nähten platzen. In Japan ist es zum Beispiel die Golden Week Ende April und Anfang Mai. In Paris bietet es sich zum Beispiel eher weniger anzugehen, wenn die Zone C Schulferien hat. Das ist nämlich die Paris-Region und das merkt man immer sehr schnell an den Wartezeiten, wenn die Bewohner der Region Ferien haben. Und je leerer der Park, desto günstiger sind auch die Preise. Da freut sich natürlich auch euer Reisebudget, wenn ihr tendenziell eher in der Nebensaison geht. Für einige Disney-Parks weltweit gibt es auch Crowd-Calendars, in denen es Prognosen gibt, wie voll ein Park zu einem bestimmten Zeitpunkt sein kann. Deswegen einfach den Namen des Disney-Parks plus Crowd-Calendar eingeben auf Google und ihr findet oftmals eine Vielzahl an Kalendern, die euch genau das anzeigen. Am besten hier auch vergleichen, damit ihr eine gute Tendenz bekommt. Dann ist ein weiterer großer Faktor das liebe Wetter und die jeweilige Jahreszeit. Sonnenschein, 28 Grad. Manche wollen in Disneyland lieber warme Temperaturen erleben. Andere lieben eher den Frühling oder Herbst, weil die Temperaturen dort einfach angenehmer sind. Da müsst ihr euch natürlich überlegen, was am besten passt. Falls ihr euch für eine Fernreise nach Florida, Hongkong oder Tokio entscheiden solltet, müsst ihr auch das Thema Unwetter mit einkalkulieren. Hurricane- und Typhoon-Saison im Spätsommer und Herbst könnten euren Aufenthalt beeinflussen, mindestens durch ein paar Tage schlechtes Wetter, im schlimmsten Fall aber auch durch Flugausfälle oder gar Parkschließungen. Deswegen ist bei den genannten Zielen in der Sturmsaison auch immer ein kleines Risiko dabei. Recherchiert hier am besten die mögliche Saison für das Land, in dem der Disney-Park liegt. Und wenn ihr das ausschließen möchtet, weil es euch bei dem Gedanken ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, solltet ihr vielleicht lieber für einen anderen Zeitraum planen. Und dann ist da noch das Thema Jahreszeit und Saison. Ihr wollt unbedingt Weihnachten in den Disney-Parks erleben oder spezielle Dekorationen und Shows zu einem anderen Themenfestival? Informiert euch doch vor eurer Reise, ob es in den nächsten zwölf Monaten eine spezielle Disney-Saison gibt, die ihr vielleicht mitnehmen oder erleben möchtet. Weihnachten ist da immer zum Beispiel sehr verlockend, ist auch meine ganz persönliche Lieblingssaison weltweit. Da gibt es immer besondere Shows, besondere Attraktionsversionen, die ihr nur in dieser einen Saison erleben könnt. Das ist ebenfalls etwas, was die Wahl für euren Besuchszeitpunkt beeinflussen könnte. Etwas anderes solltet ihr auch noch beachten, vor allem wenn ihr einen bestimmten Grund habt, warum ihr einen Disney-Park unbedingt erleben möchtet, wie beispielsweise eine tolle Attraktion wie Indiana Jones Adventure in Disneyland California oder die große Star Wars Attraktion Rise of the Resistance. Recherchiert hier vorab im Internet, ob es schon fixe Daten für die jährliche Renovierung gibt. Denn wir wissen alle, die Disney-Parks haben 365 Tage im Jahr geöffnet. Die technischen Checks und Renovierungen werden deswegen während der Eröffnung gemacht. Und oft werden diese Termine vorab kommuniziert, entweder auf der offiziellen Disney-Park-Website oder auch über größere Fan-Websites, die eben diese Informationen sammeln und direkt von Disney zum Teil bekommen. Checkt das ebenfalls ab. Auch wenn ihr keine hundertprozentige Garantie habt, denn sowas kann sich auch mal verschieben oder es muss unangekündigt etwas repariert werden. Hockung und Shanghai geben diese Informationen nicht raus. Tokio hingegen hat einen sehr übersichtlichen offiziellen Plan für beide Parks. Deswegen vorab in die Renovierungsdaten reinschauen, das lohnt sich sicherlich. Letztendlich ist die Frage, wann ihr am besten ins Disneyland fahrt, auch eine sehr individuelle Frage. Denn nicht jeder ist super flexibel. Der eine kann nur in den großen Sommerferien verreisen, der andere eben nur an bestimmten Wochenenden aufgrund von wichtigen Terminen. Ganz wichtig, lasst euch daher nicht entmutigen, wenn ihr nur im Sommerzeit habt oder nur am Wochenende. Macht es im Zweifelsfall trotzdem, vor allem bevor ihr eben gar keinen Disney-Urlaub haben könnt. Denn mit guter Planung und Priorisierung eurer Mastus vor Ort bekommt ihr ebenfalls einen tollen Disney-Trip hin, auch wenn ihr nur in der Hochsaison gehen könnt. Wenn ihr dann die Frage mit dem Zeitraum geklärt habt, kommt auch schnell die nächste Frage auf. Wie lange soll ich bei Disney bleiben? Und auch dieses Thema ist von einigen Faktoren abhängig, die ihr im Vorfeld zu Beginn klären solltet, damit ihr es einfacher und besser planen könnt. Ihr wisst, Disney ist super vielfältig, wenn es um die Parks geht. Und das gilt auch für die Größe und Anzahl der Parks. Und genau das beeinflusst die Dauer eures Aufenthalts nämlich sehr. Hongkong Disneyland besteht aus einem Park, Disneyland Paris aus zwei plus Entertainment-Viertel und Walt Disney World ist ein gigantischer Komplex, den man nicht so einfach mal in ein paar Tagen abgrasen kann. So, je höher die Anzahl an Parks, je höher die Auswahl im Park, je höher die Anzahl an Attraktionen und Shows, die ihr erleben möchtet, desto mehr Tage solltet ihr natürlich einplanen. Als Tipp am Rande für eine Orientierung. Ich würde bei einem Disneyland Paris Erstbesuch nie unter drei Tage gehen und bei einem Besuch für Walt Disney World nie unter sieben. Und dann geht ihr in euch und fragt euch, bin ich eher der gemütliche Typ? Nehme ich mir gerne viel Zeit für die Details? Schlendere ich auch gerne mal rum? Nehme ich mir gerne Zeit für ein ausgiebiges Mittagessen? Oder gehöre ich eher zu den Besuchern, die alles knackig und schnell durchziehen? Falls ihr eher der gemütliche Typ seid, solltet ihr den ein oder anderen Extratag einplanen. Denn die Disney Parks haben so viel zu bieten, so viel zu erleben und zu entdecken. Da wäre es schon schade, wenn ihr euch dafür nicht genügend Zeit nehmt. Ich war früher mit 20 auch noch total zackig drauf. Ja, mittlerweile merke ich aber, dass das durchaus auch echt zu Stress führen kann. Und Stress ist wirklich das Letzte, was man im Urlaub haben möchte. Deswegen lieber ein oder zwei Tage mehr haben, damit ihr nicht durch Disneyland hetzen müsst. Und das ist auch sehr wichtig, wenn ihr mit Kindern verreist, denn da braucht man auch mal mehr Pausen, will zwischendurch wieder zurück ins Hotel gehen. Beachtet das unbedingt, wenn ihr die Länge eures Aufenthalts festlegt. Wir wissen ja, Disney ist aufregend. Aber um die Disney Parks und Resorts gibt es auch viele andere spannende Dinge, die ihr sehen und erleben könnt. Und viele verbinden daher den Disney Trip mit einer Städtreise in der Nähe, wie zum Beispiel Paris oder Hongkong. Und das sind Weltstädte, die ihr wirklich mal gesehen haben solltet. Das ist auf meinen Trips in fernere Disney Parks eigentlich immer Pflicht. Und andere kombinieren es mit einer Rundreise, wie beispielsweise mit einem Kalifornien Roadtrip oder einer Japanreise. Und auch Orlando bietet ganz viele andere spannende Themenparks wie Universal Orlando, die man ebenfalls dort erleben kann. Falls ihr daher noch andere Städte, Orte und Erlebnisse in dem jeweiligen Land der Disney Parks sehen möchtet, und das kann ich euch wirklich nur empfehlen, solltet ihr auch das in die Anzahl der Reise- und Urlaubstage mit einbeziehen. Der letzte Faktor ist übrigens super pragmatisch. Euer Budget. Denn natürlich könnt ihr zwei Wochen nach Walt Disney World gehen, aber vielleicht ist es selbst mit einem sehr günstigen Hotel außerhalb des Ressorts einfach nicht drin. Seid daher wirklich realistisch. Macht euch Gedanken und überlegt, was ihr euch leisten könnt und möchtet. Und es ist immer gut, ein grobes Budget im Kopf zu haben und gewisse Schmerzgrenzen für einen selbst zu definieren, weil das euch einfach auch besser entscheiden lässt, wie letztendlich eure Reise zu Disney aussieht. Wenn ihr den Zeitraum und die mögliche Länge für euch grob definiert habt, seid ihr schon mal ein ganzes großes Stück weiter. Und das heißt, ihr könnt euch in die Details stürzen. Wenn ihr einen Disney Park besuchen möchtet, braucht ihr natürlich auch Tickets. Und da geht's gerade weiter, denn die Möglichkeiten, Tickets zu buchen, sind groß. Hinzu kommt auch die aktuelle Situation, denn derzeit und vermutlich auch noch eine ganze Weile werden die Disney Parks noch die Kapazität deckeln. Sprich, ihr müsst online vorab bestimmte Wunschtage im Voraus auswählen und fest buchen. So, spontan Buchungen und Käufe vor Ort sind nicht möglich. Und alleine dafür müsst ihr schon vorab wissen, wann ihr gehen möchtet, damit ihr gezielt zum Buchungsstart eure Wunschtermine sichern könnt. Unabhängig von der aktuellen Parkreservierung würde ich immer im Voraus buchen. Ich habe bei den letzten Trips so viele Leute gesehen, die spontan angestanden sind an den Kassenhäuschen und Tickets gekauft haben. Ja, kann sein, dass es bestimmte Fälle gibt, in denen es gar nicht anders geht. Aber ihr verliert Zeit und Geld, wenn ihr nicht im Voraus bucht. Zum einen sind Tickets in einigen Parks online vorab günstiger zu bekommen, zum anderen habt ihr Tickets schon direkt in der Tasche und müsst nicht für eure Tickets anstehen. Unter diesen Gesichtspunkten empfehle ich derzeit am besten eure Tickets direkt bei Disney zu buchen. Denn ihr seid in der aktuellen Lage am abgesichertsten. Disney reagiert sehr flexibel und kulant in Punkte Verschiebungen und Stornierungen. Und falls sich die Situation verbessern sollte, kann ich euch auch Anbieter wie Attraction Tickets Direct empfehlen. Die sind für Walt Disney World und Disneyland California ebenfalls gut, haben spannende Deals. Und mit denen habe ich auch einige gute Erfahrungen vor der Pandemie gemacht. Ein Geheimtipp, der übrigens mittlerweile gar nicht so ein Geheimtipp ist, Jahreskarten. Ganz viele Leute haben aber dieses Thema tatsächlich immer noch nicht auf dem Schirm, weil viele auch denken, dass sie sich eine solche Karte gar nicht leisten können. Tatsächlich sind die Jahreskarten für Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland und Shanghai Disneyland recht erschwinglich. Je nachdem, wie viele Tage ihr geht, könnte sich deswegen auch ein Annual Passport lohnen. Weil ihr bekommt natürlich obendrauf spannende Rabatte auf Essen und Merchandise. Aber auch hier ändert sich einiges. Disneyland California und Tokyo Disneyland haben das Jahreskartenprogramm aktuell beendet. Es wird aber Nachfolger Modelle in Form von Dauerkarten geben. Und gegebenenfalls könnten diese auch für euch ganz spannend sein. Deswegen haltet diese Entwicklungen gut im Blick. Wer so einen traumhaften Disney-Urlaub plant, möchte natürlich auch gut übernachten. Daher muss auch die Frage nach dem richtigen Hotel beantwortet werden. Und gerade diese Frage ist total von eurem Reisebudget und euren eigenen Ansprüchen abhängig. Der eine mag es eher praktischer, weil er dafür mehr im Park ausgeben möchte. Der andere mag eher Komfort und liebt Themenhotels. Das kommt daher völlig auf euch an. Und wenn ihr zu Disney geht, ist da diese große Frage, Disney Hotel ja oder nein? Ich weiß, dass diese Frage wirklich wild diskutiert wird. Und tatsächlich kann man diese Frage pauschal gar nicht so beantworten, weil es sehr komplex ist. Je nach Disney Resort lohnt sich ein Disney Hotel mal mehr, mal eher weniger. Und vor allem, wenn ihr auf ein gewisses Preis-Leistungs-Verhältnis achtet und ja, darauf achten sehr viele, inklusive mir, dann gibt es große Unterschiede. In Hongkong Disneyland, Walt Disney World und Shanghai Disneyland kann ich die Übernachtung in einem Disney Hotel wirklich wärmstens empfehlen. Die Preise sind teilweise für Disney recht fair. Man bekommt gute Angebote, gerade in Hongkong und Shanghai. Und es gibt zum Beispiel in Walt Disney World doch einige Vorteile, die sich sehr positiv auf euren Besuch auswirken können. Besondere exklusive Fortbewegungsmittel wie der Skyliner, die Möglichkeit einfach früher in die Parks zu kommen. Vor der Pandemie konnte man 60 Tage vorher bereits Fastpeste online buchen. Und das ist wirklich toll. All das gibt einem eine extra Portion Magie und auch das Gefühl, einfach mehrere Tage in einer wunderschönen Disney-Bubble zu sein, weil man aufwacht und schon direkt bei Disney ist. Und das ist echt nicht zu unterschätzen. Dann hat man wirklich toll gestaltete Themenhotels, die einen morgens beim Frühstück schon voll in Stimmung bringen. Und das macht den Urlaub so besonders, weil man da richtig vom Alltag abschalten kann. Zumindest geht es mir immer so. Wenn es kein Disney Hotel sein muss, ihr aber dennoch im Geschehen sein wollt, sind offizielle Disney Partner Hotels eine gute Adresse, die zum Teil auch einige besondere Vorteile haben, wie zum Beispiel direkte kostenlose Shuttlebusse zu den Disney Parks oder eine unmittelbare Laufnähe. Außer Hongkong und Shanghai haben alle Disney Parks weltweit solche Hotelpartnerschaften. Deswegen einfach mal recherchieren und abchecken, ob da nicht auch ein geeignetes Hotel mit ein paar Vorteilen dabei ist. Meistens sind diese Partner Hotels direkt auf den offiziellen Disney Parks Websites auch aufgeführt. Wenn ihr ein kleineres Budget habt oder ihr denkt, ach, ich bin doch sowieso die meiste Zeit im Park und nur zum Schlafen im Hotel, dann sind auch kleinere, günstigere Hotels in der unmittelbaren Umgebung für euch das Richtige. Viele internationale, günstige Hotelketten sind da sicherlich eine gute Adresse, weil es hier einen bestimmten Standard gibt, der normalerweise überall einigermaßen gleich ist. Das wäre zum Beispiel Ibis und Ibis Budget, Campanile oder B&B in Paris. In den USA ist es zum Beispiel Comfort Inn und in Japan, MyStays oder Mitsui Carten. Generell gilt immer, schaut euch die Hotels vorab an. Lest euch Bewertungen auf Google, TripAdvisor oder HolidayCheck durch und schaut euch die Bilder von anderen Reisenden dort an, um im Vorfeld auch sicherzustellen, ob euch das Hotel überhaupt zusagt. Denn nichts ist schlimmer als eine böse Überraschung im Hotel, nicht wahr? Und dieses Risiko könnt ihr tendenziell stärker ausschließen, wenn ihr euch da gut reinlest und informiert. Die große Frage ist hier, wie findet ihr die Hotels, die für euch in Frage kommen? Gerade bei den Disney Hotels sind die offiziellen Websites sicherlich die erste Anlaufstelle. Aber man kann natürlich auch auf Online-Reiseportalen schauen, sollte man auch tun. Aber ich spreche aus Erfahrung, das kann oft sehr unübersichtlich sein. Deswegen nutze ich seit ein paar Jahren das Feature Google Hotels, denn hier sieht man direkt auf Google Maps die Hotels mit dem jeweiligen Preis pro Nacht für den ausgewählten Zeitraum. Und gerade wenn einem die Lage in der Nähe zu einem Disney Park wichtig ist, und die Lage sollte euch wichtig sein, denn dadurch spart ihr auch Zeit, ist das Feature wirklich Gold wert. Ihr könnt direkt dort auch schon einen Preisvergleich pro Hotel mit den gängigen Online-Anbietern machen. Für viele, die eher flexibel sein möchten, könnte auch ein Apartment in der Nähe der Disney Park spannend sein. Aber achtet auf die lokalen Bestimmungen, denn in manchen Regionen gibt es mittlerweile Verbote für Airbnbs oder strikte Begrenzungen, die zu sehr spontanen Kündigungen kurz vor Reisebeginn führen können, wie zum Beispiel in Japan. Wer es also eher etwas sicherer mag, sollte in meinen Augen tendenziell mehr auf ein Hotel zurückgreifen. Und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Thema, was ich immer und immer wieder predige. Vergleichen, vergleichen, vergleichen. Der erstbeste Preis ist oftmals natürlich nicht der beste. Und auch Angebote, die einem vollmündig als solche ganz groß angepriesen werden, vor allem die auf Facebook und Instagram sind es oftmals gar nicht. Daher solltet ihr in jedem Fall vergleichen. Checkt die Preise auf den offiziellen Disney-Websites, checkt die Preise auf Google Hotels, auf den Hotelsuchmaschinen wie Trivago und auch die Hotelpreise auf der offiziellen Website des Hotels eure Wahl. Dann da schauen viel zu wenige immer rein, weil viele denken, ach, die Preise sind dort immer am höchsten. Nein, ich habe da durchaus schon den ein oder anderen Black Friday Deal in den vergangenen Jahren gemacht, der gar nicht groß beworben wurde. Und wo ich mich bis heute frage, wie ich das geschafft habe, so einen guten Preis zu bekommen. Auch ein Tipp, einige Hotelketten haben kostenlose Membership-Programme, mit denen man ebenfalls immer wieder Rabatte auf den Übernachtungspreis oder ein kostenloses Frühstück bekommt. Auch das spart Geld. Und ihr kennt doch sicherlich bei der Buchung das kleine Feld Gutscheincode. Recherchiert auf Google für größere Reisebuchungsportale, ob es nicht aktuell einen Code gibt. Denn so könnt ihr vielleicht locker nochmals 10 bis 12 Prozent sparen. Und der letzte wichtige Großpunkt, Packages und Pauschalen. Viele von euch kennen das sicherlich von Disneyland Paris. Bundles mit Tickets, Hotelübernachtungen und auch weiteren Specials. Und solche Packages gibt es so ziemlich in allen Disney-Resorts weltweit. Ganz oft könnt ihr hier mit speziellen Angeboten nochmals sparen, aber ob diese sich für euch lohnen, müsst ihr euch ganz genau anschauen. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal ist kostenlose Halb- oder Vollpension inkludiert. Und das ist gerade in Walt Disney World genial. Denn der kostenlose Diningplan, den es manchmal gibt, spart euch eigentlich immer Geld. Oft ist die Übernachtung durch das Paket günstiger. Und auch das solltet ihr mit den gefundenen Preisen in den Hotelsuchmaschinen vergleichen und mal durchrechnen. Und ich behaupte tatsächlich, dass in knapp der Hälfte der Fälle ein solches Paket sich tatsächlich ziemlich lohnt. Ich meine, Essen? Kostenlos? Ja, her damit! Ihr habt Datum und Hotelfix gemacht, das ist schon mal mega. Aber wie kommt ihr am besten hin? Für das Disneyland Paris ist das sicherlich am komplexesten. Ja, ausgerechnet für das Disneyland, das wir am schnellsten erreichen können. Warum eigentlich? Ja, weil wir so viele Möglichkeiten haben. Egal ob Flug, Bahn oder eben sogar das Auto. Wenn ihr hier die Wahl habt, lohnt es sich mal zu vergleichen. Ich komme aus Stuttgart. Das heißt, ich kann alle drei Möglichkeiten nutzen. Ich habe mich aber in den letzten Jahren ausnahmslos für den Zug, sprich TGV und IC entschieden, weil für mich persönlich das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach stimmt. Es ist super bequem, es ist stressfrei. Ich brauche auch zeitlich fast genauso lange wie mit dem Flugzeug, aber ohne den ganzen nervigen Check-In-Teil. Deswegen schaut einfach, wo ihr wohnt und was von euch aus die beste Möglichkeit in puncto Kosten und Distanz ist. Falls ihr euch auch für die Bahn entscheiden solltet, checkt nicht nur die Buchungswebsite der Deutschen Bahn, sondern auch die der französischen Bahn SNCF oder die von Thalys, wenn ihr zum Beispiel ab NRW reist. Hier gibt es wirklich große Unterschiede, die sich wirklich massiv unterscheiden. Manchmal ist die Deutsche Bahn günstiger, manchmal SNCF. Und genau um das herauszufinden, ist es so wichtig zu vergleichen. Auch bei dem Anbieter L-Tour gibt es manchmal günstige Bahntickets nach Paris. Ihr seht, vergleichen lohnt sich wirklich, damit ihr hier auch den besten Preis bekommt. Für Leute, die etwas weiter weg wohnen und natürlich auch für alle anderen internationalen Disney-Resource sieht es dann ein bisschen einfacher aus, denn da bleibt einem quasi nur das Flugzeug. Je nach Ziel hat man da unterschiedliche Möglichkeiten mit unterschiedlichen Airlines zu unterschiedlichen Preisen. Und hier checke ich gerne Flugsuchmaschinen wie Swoodoo oder Kajak ab und vergleiche sie mit den offiziellen Preisen der jeweiligen Fluggesellschaften. Und das ist überraschend, denn manchmal habe ich sogar bei der Lufthansa direkt den besten Preis bekommen. In der aktuellen Situation würde ich sogar ganz stark empfehlen, bei der Airline direkt zu buchen, weil man im Fall einer Umbuchung oder eines Ausfalls eben keinen Zwischenmittler hat, mit dem man das klären muss oder der einem unnötig im Weg steht mit der Kommunikation mit der Airline, falls etwas nicht klappen sollte. Das hatte ich nämlich letztes Jahr mit meinem ins Wasser gefallenen Walt Disney World Trip. Und das war alles andere als gut. Deswegen kann ich persönlich euch das eher weniger empfehlen. Wenn ihr auch weiterhin eure Flüge über bestimmte Online-Reiseportale bucht, lohnt sich sicherlich auch die Kombimöglichkeit von Flug und Hotel. Denn da habe ich in der Vergangenheit auch locker bestimmt 400, 500 Euro innerhalb einer Reise auf den Gesamtreisepreis gespart, nur weil ich Hotel und Flug kombiniert habe. Und den Preis habe ich wirklich nirgendwo anders so bekommen. Natürlich müsst ihr vom Bahnhof oder Flughafen auch erst zu den Parks kommen. Die besten Möglichkeiten dafür bekommt ihr eigentlich immer auf den offiziellen Disney Parks Websites aufgezeigt. Meistens gibt es direkte Shuttlebusse, wie zum Beispiel in Paris oder Tokio. Manchmal müsst ihr ein Taxi oder einen Ridesharing-Dienst wie Uber nehmen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiterfahren. Am besten das vorab auch schon mal abchecken, auch zwecks Tickets und Kosten, falls ihr schon im Vorfeld etwas buchen müsst. Weil dann könnt ihr quasi mehr oder weniger direkt vom Gate in das nächste Fortbewegungsmittel springen und seid dann auch schneller bei Disney. Ihr seid schon fast am Ziel, denn eure größte Basis eurer Disney-Planung steht. Aber warum wollen wir zu Disney? Richtig, weil es dort so viele tolle Dinge zu erleben kippt. Ich liebe die Disney-Attraktionen, weil sie einfach, ja, state of the art sind und wirklich für jeden etwas dabei ist. Aber auch die Shows sind absolut lohnenswert und gerade in meinen Augen in Paris und Tokio auf einem echt exzellenten Niveau. Stellt euch daher die Frage, was möchte ich erleben? Und das ist natürlich auch sehr individuell. Der eine liebt Thrill, der andere setzt keinen Fuß in Attraktionen wie Tower of Terror und lebt eher gemütlichere Themenfahrten wie Pirates of the Caribbean. Und gerade Kinder können aufgrund ihrer Körpergröße viele Disney-Attraktionen noch gar nicht fahren. Das sind alles Dinge, die man natürlich beachten muss, wenn man sich überlegt, was man vor Ort alles erleben möchte. Wenn ihr einen neuen Disney-Park besucht, den ihr noch nicht kennt, lohnt es sich, auf der offiziellen Disney-Webseite die Parkkarte vorab zu studieren. Denn so lernt ihr den Grundaufbau des Parks kennen, wisst, welche Themenbereiche es gibt, welche wo liegen und vor allem, welche Attraktionen und Shows es in dem jeweiligen Park gibt. Und deswegen lege ich euch auch die offiziellen Apps der Disney-Parks ans Herz, die ihr in den App-Stores weltweit herunterladen könnt. Und die sind mittlerweile echt praktisch und kaum bei einem tollen Parktag wegzudenken. Und das nicht nur, weil ihr die Wartezeiten in Echtzeit seht, sondern weil ihr auch oft schon Showzeiten vorab sehen könnt, ihr wichtige Attraktionen und Shows markieren könnt und euch so eine super To-Do-Liste zusammenstellt. In den USA-Apps könnt ihr sogar Fastpässe buchen, Restaurants reservieren und habt alles auf einen Blick. Ja, Fastpässe. Durch die Pandemie sind Fastpässe natürlich aktuell ausgesetzt, aber sie werden definitiv zurückkommen. Deswegen informiert euch vorab, sobald es wieder losgeht, zu den Regeln der Fastpässe in den jeweiligen Disney-Parks. Denn die sind unterschiedlich. Und so kann und muss man zum Beispiel Fastpässe in Walt Disney World 30 bis 60 Tage im Voraus buchen. Und es hilft euch zu wissen, wie viele man buchen kann, wann man den nächsten ziehen kann. Wenn ihr euch da vorab einlest, seid ihr vor Ort top informiert. Manche von euch wollen auch wirklich gut vorbereitet sein. Das heißt, sie wollen wissen, was es mit der einen Disney-Attraktion auf sich hat, weil sie, ja, euch nicht geheuer vorkommt und ihr wissen wollt, was euch erwartet. Schaut auf YouTube rein. Und sei es auch nur ganz kurz, weil das kann euch sehr bei der Einschätzung helfen, ob die Attraktion wirklich etwas für euch ist. Und dann gibt es noch Specials. Das heißt, wollt ihr eine mehrstündige Tour durch das Magic Kingdom in Florida machen, bei der ihr auch die berühmt-berüchtigten Untergrundtunnel sehen könnt, über die die Cast-Member alles im Park organisieren? Ihr wollt vielleicht mal auch hinter die Kulissen von Animal Kingdom und der renommierten Tierpflege blicken. Auch das bietet Walt Disney World zum Beispiel direkt als extra buchbares Erlebnis an. Das ist ebenfalls etwas, was eure Planung vor Ort beeinflusst. Deswegen macht euch daher eine Liste. Stellt alles zusammen, was ihr sehen möchtet und verteilt das grob auf eure Tage, die ihr vor Ort im Park seid. Plant eure Tage clever. Zum Beispiel so, dass ihr die wichtigen Großattraktionen direkt zur Öffnung fahrt. Das hilft euch, sehr stressige Situationen zu vermeiden, damit ihr dann vor Ort viel mehr genießen könnt. Ein Urlaub ist natürlich auch etwas, was man mit allen Sinnen erleben kann und möchte. Und dazu gehört natürlich auch das Essen. Vielleicht fragt ihr euch, boah, warum sollte ich mich jetzt schon damit auseinandersetzen? Ich schaue halt einfach vor Ort, auf was ich Lust habe und gut ist. Das kann man definitiv machen. Es ist aber in einigen Fällen auch nicht immer ganz optimal. Bei Disney ist das Essen mittlerweile auch ein wichtiger Teil des Gesamterlebnisses. Es gibt besondere Themenrestaurants, die weltweit wirklich einmalig sind, toll designte und oft auch sehr leckere Snacks, an die man sich echt gerne zurückerinnert. So geht es mir zumindest jedes Mal, wenn ich an Tokio oder Walt Disney World zurückdenke. Denn dort ist das Essen wirklich etwas ganz Besonderes. Und es lohnt sich, vorab schon sich zu informieren, was es all so für leckere Sachen dort vor Ort gibt und was man vor allem unbedingt mal probiert haben muss. Denn kein Walt Disney World Besuch ist komplett ohne den ikonischen Dole Whip. Und in Tokio muss man einfach die Trues und Mickey Waffles gegessen haben, die ich dort weltweit wirklich am leckersten finde. Ihr bekommt schon Hunger? Ja, dann wartet mal ab, bis ihr die ganzen leckeren Snacks und Gerichte seht. Schaut euch dafür die offizielle Website der Disney Parks an. Oft bekommt ihr hier schon komplette Restaurantmenüs und Preise. Denn dann könnt ihr besser einschätzen, ob ein Snackstand oder Bedienrestaurant etwas für euren Geschmack oder Geldbeutel ist. Was ich persönlich liebe, YouTube-Videos von Foodie-Bloggern. Und da kann ich euch zum Beispiel für Walt Disney World den Disney Food Blog von AJ oder für Disneyland California Magical Journey sehr ans Herz legen. Und durch die Videos und Blogartikel habe ich so viel über die Restaurants erfahren, wie es wirklich sonst nirgendwo. Wenn ihr ein Restaurant mit Bedienung ausprobieren möchtet, geht das in vielen Parks manchmal gar nicht spontan. In Walt Disney World kann man Restaurants bis zu 180 Tage im Voraus reservieren. Und ihr glaubt es nicht. Aber wenn ihr einen Wunschtermin für beliebte Restaurants haben möchtet, wie das Schöne und das Biest-Restaurant Be Our Guest in Magic Kingdom, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass die Slots noch am Tag des Reservierungsstarts, also 180 Tage vorher, ausgebucht sind. Und auch in Disneyland Paris kann es sich je nach Saison schon lohnen, einen Tisch vorab zu buchen. Deswegen schaut auf die Website oder in die App. Oft kann man da schon direkt reservieren. Oder ihr ruft am besten auch direkt über die Reservierungs-Hotline an. Die Nummern bekommt ihr ebenfalls über die offiziellen Disney-Websites. Und wenn ihr Essen so richtig auskosten möchtet, dann habe ich noch einen wichtigen Tipp für euch. In manchen Parks gibt das ein festes Essenspaket, wie zum Beispiel der Disney Dining Plan in Walt Disney World. Das kann, wenn ihr große Esser seid, sicherlich für euch spannend und lohnend sein. Und vor allem, wenn man so gutes Essen bekommen kann wie in Walt Disney World. Für mich das Disney Resort mit dem besten Essen weltweit. Oh Gott, bei dem Gedanken daran bekomme ich schon richtig Hunger. Und das lohnt sich oftmals dann, wenn ihr viel und gerne esst. Und vor allem die Gerichte auf der Karte nehmt, die generell etwas teurer sind, um so richtig das Preis-Leistungs-Verhältnis des Dining Plans auszureizen. Richtig lohnen tut sich der Dining Plan in Disney World oft, wenn er in manchen Angeboten sogar kostenlos oben drauf ist. Und wer möchte schon was gegen kostenloses Essen sagen? Richtig, keiner. Deswegen könnte diese Option in Walt Disney World sicherlich interessant sein, um euer Essens-Erlebtes optimal abzurunden. Ich glaube, wir haben tatsächlich alle wichtigen Punkte der allgemeinen Disney-Reiseplanung besprochen. Eigentlich kann es doch jetzt schon fast losgehen, oder? Deswegen hoffe ich, dass das baldmöglichst wieder geht. Und dadurch, dass ihr in der Disney-Reiseplanung so viel beachtet habt, so viele an Informationen auch zusammengetragen habt, lohnt es sich, das alles einmal festzuhalten. Und das empfehle ich euch vor allem bei den großen Fernreisen nach Walt Disney World oder Tokio. Und da kommt etwas ins Spiel, was mir persönlich immer hilft. Eine Excel-Tabelle. Oh Gott, Excel, ich weiß, was ihr denkt. Ich bin selbst kein großer Excel-Fan, vor allem auf der Arbeit. Aber dieser Excel-Plan wird euch helfen. Haltet ihn deswegen sehr simpel und übersichtlich pro Spalte ein Tag. Und in die Zeilen packt ihr jeweils eure wichtigen Dinge, die ihr schon fest gebucht habt oder geplant habt, wie Fastpässe, Restaurantreservierungen, gewünschte Meet & Greets mit den Charactern oder Dinge, die ihr unbedingt nicht verpassen möchtet. Deswegen macht kurz vor Reisestart eine PDF draus und packt sie auf euer Smartphone. Und dann könnt ihr morgens vor eurem Start in die Parks oder zwischendurch auch immer wieder spickeln, was ihr so geplant habt. Ob ihr vielleicht heute noch einen bestimmten Snack probieren wolltet, bevor es dann abends wieder nach Hause geht. Und ihr wollt doch sicherlich nicht zu Hause ankommen und dann sehen, dass ihr ein paar Dinge, die euch wirklich sehr wichtig waren, vergessen habt. Und das kann passieren, denn bei Dizzy prasselt immer einiges auf die eigene Sinne ein. Und macht euch bitte hier auch keinen Druck, denn dieser Plan dient nur als Orientierung mit den wichtigsten Facts und Mastus. Er hilft euch, eure Tage einfach besser zu planen. Zu 100 Prozent könnt ihr diesen Plan sowieso nicht komplett abarbeiten und da spreche ich aus Erfahrung. Aber es hilft euch, dass ihr nichts vergesst, dass ihr einen Ort habt, an dem ihr all eure Wünsche und eure Planungsdetails, aber auch Buchungen komplett finden könnt. Das könnt ihr auch mit Planungs-Apps machen, die ihr sowieso vielleicht schon benutzt. Alles ist erlaubt, was euch die Planung persönlich erleichtert. Natürlich können wir darüber auch sprechen, was ihr alles mitnehmen und einpacken müsst, an was ihr aber auch zwecks Einreise in die unterschiedlichen Länder eben denken müsst. Und vielleicht wollt ihr auch wissen, wie ein perfekter Tag in Tokyo DisneySea aussehen kann oder wie ihr günstig auch einen Disneyland Paris Trip bucht. Keine Sorge, dafür wird es eigene Podcast Episoden in Zukunft geben, die eben auch all diese Details in den einzelnen Disney Resorts weltweit beleuchten werden. Und ich freue mich jetzt schon mega, euch all die Tipps, die ich in den letzten zwölf Jahren gesammelt habe, direkt weiterzugeben. Ich hoffe, dass ich euch heute mit den wichtigsten Regeln für die allgemeine Disney-Reiseplanung ein wenig weiterhelfen konnte und ihr sie vielleicht für euren nächsten Disney-Urlaub beherzigen könnt. Und wenn ich etwas in den letzten zwölf Jahren Reiseplanung gelernt habe, dann ist das die Regel. Je besser man plant, desto schöner wird die Zeit bei Disney. Und deswegen freue ich mich, wenn euch die Regeln der Reiseplanung oder der ein oder andere Tipp in Zukunft wirklich weiterhelfen kann, damit ihr den allerbesten Disney-Urlaub haben könnt. Frage an euch, wie plant ihr eure Disney-Trips? Habt ihr einen ganz besonderen Tipp bei eurer Reiseplanung, der jetzt heute nicht dabei war, den ihr aber unbedingt mitgeben möchtet? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstaub- und Marseohren-Account. Und ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Hat es euch gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter, ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Feenstaub- und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren und bis bald!